Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Lilimaleen, wie ein Lilimaleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein Lilimaleen, wie ein Lilimaleen. Wie ein Lilimaleen. Schon rief der Posten, die Bliesenzappen schweigt, es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne für dich mit dir gehen, mit dir Lilimaleen. Mit dir Lilimaleen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.